Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, nach eiskalter Abfuhr, Sina verschwindet spurlos. Sina schwebt im siebten Himmel. Denn seit kurzem ist sie mit Jonas zusammen. Das denkt sie zumindest. Jonas sieht das alles ganz anders und macht ihr das ein für alle Mal klar. Zu Hause hält es Sina im Moment nur schwer aus. Andauernd lungert Sami da herum. Schließlich ist er jetzt ganz offiziell in einer Beziehung mit Paula. Während Sami nach und nach die Herzen von Marie und Noah erobert, ist Sina weiterhin abgeneigt von ihm. Wenigstens kann sie Zeit mit Jonas verbringen. Doch der hat gar keinen Bock auf romantische Zweisamkeit. Stattdessen will er lieber eine Runde Basketball mit den anderen spielen. Jonas sucht das Weite Weil Sina nicht aufhört, an ihm zu kleben, sucht Jonas kurzerhand das Weite. Er geht zum Kiosk, um Snacks und Getränke für alle zu holen. Der Hauptgrund für ihn ist aber, sich Luft zu verschaffen. Würdest du sagen, Jonas hat dieselben Gefühle für dich, wie du für ihn? Will Chiara in Jonas' Abwesenheit von ihrer Freundin wissen. Auf jeden Fall, meint Sina und fügt in Gedanken hinzu. Die anderen raffen einfach nicht, was Jonas und mich verbindet. Dass sie damit mehr als falsch liegt, wird deutlich, als Jonas gemeinsam mit Lynn zurückkommt. Die anderen raffen einfach nicht, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Die anderen raffen einfach nicht, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst.